Jetzt erst mal ein schönes Day. Aber darf ich das überhaupt noch essen? Zwei Portionen Fleisch pro Woche verkürzen die Lebenserwartung. Experten warnen, rotes Fleisch ist ungesund fürs Herz. Nein, rotes Fleisch ist nicht gut. Aber habe ich da nicht vor kurzem? Kaum Risiken für die Gesundheit. Forscher sprechen rotes Fleisch frei. Forscher sehen keinen Grund, auf rotes Fleisch zu verzichten. Was stimmt denn jetzt? Darf ich noch Steak essen? Gehen wir der Sache doch mal wissenschaftlich auf den Grund. Zuallererst möchte ich betonen, dass ich diesmal bewusst nicht auf tierethische oder klimaschutzrechtliche Aspekte eingehe, denn das würde für das Video einfach den Rahmen sprengen. Wir konzentrieren uns hier erstmal nur darauf, welchen Einfluss rotes Fleisch auf unsere Gesundheit hat. Zuallererst sollten wir uns anschauen, um welches Fleisch geht es eigentlich, wenn wir von rotem Fleisch reden. Dazu zählt man zum Beispiel Rindfleisch, Schweinefleisch, das Fleisch von Kalb, Lamm, Schaf oder Kaninchen, auch Wurst oder Schinken. Der Name rotes Fleisch leitet sich übrigens von der Farbe des frischen Fleisches ab. Und die wiederum kommt durch den Gehalt an Myoglobin, also dem Muskelprotein, zustande. Je mehr Myoglobin, desto roter das Fleisch. Im Gegensatz zu rotem Fleisch gibt es ja auch noch das weiße Fleisch. Damit meint man zum Beispiel Geflügel wie Hähnchen oder Pute, die im Allgemeinen sehr viel gesünder sein sollen. Drei- bis viermal pro Woche essen wir in Europa Schwein, Rind oder Lamm. Vor einigen Jahren ist der Fleischkonsum aber sehr in Verruf geraten. Immer wieder liest man davon, dass speziell rotes Fleisch das Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes oder sogar Krebs erhöhen kann. Als besonders risikoreich gilt dabei verarbeitetes Fleisch, also zum Beispiel Schinken oder Wurst oder anderes Fleisch, das mit Salz oder im Räucherofen behandelt wurde, um aromatischer oder länger haltbar gemacht zu werden. Die internationale Krebsforschungsbehörde IARC klassifizierte 2015 verarbeitetes Fleisch sogar als krebserregend und rotes Fleisch als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche zu essen, da ansonsten das Darmkrebsrisiko ansteigt. Aber wie kommen die überhaupt zu dieser Einschätzung? Zahlreiche Studien haben in den vergangenen Jahren Hinweise darauf geliefert, dass Menschen, die viel Fleisch essen, eine erhöhte Sterblichkeit aufweisen. Verwirrenderweise kamen aber andere Studien wiederum zu dem Ergebnis, dass rotes Fleisch keinen Einfluss auf unsere Gesundheit hat und die durchschnittlich konsumierten Mengen vollkommen in Ordnung sind. Es gab also ein ziemlich großes Durcheinander in der Ernährungswelt, dem im letzten Jahr ein internationales Forscherteam bestehend aus 14 Wissenschaftlern aus sieben Ländern ein für allemal ein Ende bereiten wollte und unter die Frage, ob rotes Fleisch ungesund ist, ein klares Ja oder Nein setzen wollte. Die Forscher haben sich alle medizinischen Studien, die es zu diesem Thema bis Juli 2018 gegeben hat, angeschaut und in fünf großen Studien zusammengefasst. So etwas nennt man in der Wissenschaftswelt auch Metastudie. Die Forscher erheben dabei selbst keine Daten, sondern schauen sich die Studienergebnisse von anderen Forschern an, wählen diese unter bestimmten Qualitätsrichtlinien aus und bewerten diese Daten dann nochmal in der Gesamtzusammenschau neu. So konnten die Forscher Daten von mehr als sechs Millionen Menschen auswerten und sie haben dabei vor allem vier Punkte analysiert. Welchen Einfluss hat das Essen von weniger rotem Fleisch auf das allgemeine Sterberisiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und Krebs? Und weniger Fleisch haben die Autoren definiert als drei Portionen Fleisch in der Woche weniger. Also zum Beispiel statt sechsmal Fleisch, esst ihr nur dreimal Fleisch pro Woche. Und das nicht so überraschende Ergebnis war, dass in den ersten drei Meta-Analysen das rauskam, was die Forscher sowieso schon längst vermutet hatten. Bei Menschen, die ihren Fleischkonsum etwas reduzierten, sank das Risiko, frühzeitiger zu sterben um bis zu 1,5 Prozent. Das bedeutet, dass betrachtet man 100 Menschen, dann sterben davon im Schnitt 1,5 Menschen weniger als vorher, wenn sie drei Portionen weniger Fleisch essen. In Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt das Risiko analog um bis zu 0,6 Prozent. Bei Diabetes Typ 2 um bis zu 1,3 Prozent und das Sterberisiko in Folge von Krebs sank um bis zu 1,8 Prozent. Jetzt denkt ihr sicher, Todesurteil für das Fleisch. Aber hier ist Vorsicht geboten. Denn es zeigt sich zwar ein Zusammenhang, allerdings nur ein sehr, sehr schwacher. Eine weitere vierte durchgeführte Metastudie zeigte sogar gar keinen Effekt. Und dann gibt es ja noch eine fünfte durchgeführte Metastudie der Forscher. Die hat nochmal etwas ganz anderes untersucht, nämlich ob Menschen gerne Fleisch essen, was sie natürlich tun, und ob sie bereit wären, zum Wohle der Gesundheit ihren Fleischkonsum zu reduzieren, was sie nicht ganz so gerne tun. Das vereinfachte Fazit aus den 5-Meter-Studien. Fleisch sollte deswegen gegessen werden, weil es schmeckt und Menschen nicht so leicht bereit sind, darauf zu verzichten. Die Autoren haben sich also dazu durchgerungen, Menschen zu empfehlen, rotes und verarbeitetes Fleisch einfach in denselben Mengen weiter zu essen wie bisher. Das klingt jetzt erstmal leicht verwirrend angesichts der Ergebnisse, die wir gerade gesehen haben. Und drei der 14 Wissenschaftler waren auch gegen diese Empfehlung und hätten lieber empfohlen, weniger Fleisch zu essen. Wir halten also fest. Statistisch gesehen sterben Menschen etwas seltener an den Folgen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs, wenn sie weniger rotes und vor allem weniger verarbeitetes Fleisch essen. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Ein wirklicher Beweis für einen Zusammenhang, das also rotes Fleisch, zum Beispiel Krebs, wirklich auslöst, ist das nicht. Und genau das ist hier das Problem. Die Forscher weisen selbst darauf hin, dass dies nur eine sehr schwache Empfehlung ist, weil sie nur auf einer sehr wackeligen Datengrundlage fußt. Sie schreiben hier, dass es mehr Forschung braucht und andere Studiendesigns, um Ursache und Wirkung wirklich genau zu verstehen. Jetzt haben wir so viele Studien zu dem Thema und irgendwie immer noch keine Antwort. Was ist eigentlich genau euer Problem? Gehen wir der Sache mal weiter auf den Grund. Wenn man etwas wissenschaftlich untersuchen möchte, dann ist sozusagen das Beste vom Besten, die Crème de la Crème der Wissenschaft, eine kontrollierte, randomisierte, doppelt verblindete Studie. Was heißt das genau? Kontrolliert bedeutet, man hat zwei Gruppen, eine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe. Die Versuchsgruppe bekommt zum Beispiel ein neues Medikament verabreicht oder es wird eine neue Operation ausprobiert. Die Kontrollgruppe bekommt die bisherige Standardtherapie oder eine Scheintherapie, zum Beispiel ein Placebo. Randomisiert heißt, die Zuordnung eines Studienteilnehmers zu der Versuchs- oder der Kontrollgruppe erfolgt komplett zufällig. Doppelt verblindet bedeutet, weder der Versuchsteilnehmer noch der Studienleiter, also zum Beispiel der Arzt, wissen, welcher Teilnehmer in welcher Gruppe ist. Das Problem ist nur, solche Studien sind nicht nur sehr aufwendig und teuer, sondern bei Ernährungsstudien alleine aus ethischen und auch praktischen Gründen eigentlich gar nicht durchzuführen. Es ist einfach unmöglich, Menschen für eine Art Fütterungsstudie für Jahrzehnte in ein Labor zu sperren, wo sie dann nach dem Zufallsprinzip entweder Wurst oder Placebo-Wurst, was auch immer das sein soll, zu essen bekommen und sich die übrige Ernährung gar nicht unterscheidet. Und weil das nicht geht, macht man häufig sogenannte Beobachtungsstudien. Das heißt, man begleitet eine gewisse Anzahl von Menschen eine gewisse Zeit lang und beobachtet, was sie alles essen und welche Krankheiten auftreten. Nur mit dieser Art von Studiendesign gibt es leider einige Probleme. Erstens andere Einflüsse, Störfaktoren oder sogenannte Confounder, wie man sie in der Wissenschaft nennt. Beobachtungen aus dem echten Leben sind einfach weniger aussagekräftig als ein kontrolliertes Experiment unter Laborbedingungen. Um herauszufinden, was die Leute essen, werden sie mit einem Fragebogen befragt. Wenn ich dich jetzt spontan fragen würde, was hast du die letzten sechs Monate alles gegessen, und zwar mit Gramm- und Häufigkeitsangabe? Könntest du dich noch an jedes Lebensmittel erinnern? Über so einen langen Zeitraum können sich die wenigsten Leute daran erinnern, was sie und vor allem wie viel sie gegessen haben. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, was ich letzte Woche gegessen habe. Häufig werden Leute in diesen Studien auch nur ein einziges Mal zu ihrer Ernährung befragt, wie zum Beispiel in dieser Studie. Und im Falle von Fleisch wird häufig auch gar nicht nach der Zubereitungsart gefragt. Wurde es gegrillt, gekocht, frittiert, gebraten? Das macht einen Riesenunterschied. Beim Grillen entstehen zum Beispiel zusätzlich krebserregende Stoffe, wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die dann natürlich auch das Krebsrisiko wieder weiter ansteigen lassen. Außerdem kann man auch nicht kontrollieren, was die Menschen neben dem Fleisch noch alles gegessen haben. Ist das der typische amerikanische McDonalds-Besucher oder der Fitness-Junkie, der sich ansonsten hauptsächlich von Obst und Gemüse ernährt? All diese Punkte haben einen störenden Einfluss auf die Studienergebnisse. Zweitens, selektive Auswahl. Häufig entsprechen die befragten Studienteilnehmer auch nicht repräsentativ dem Bevölkerungsdurchschnitt. Denn mal ehrlich, wer nimmt eigentlich an solchen Ernährungsstudien teil? Wahrscheinlich Leute, die sich sowieso schon stark für das Thema Ernährung interessieren. Vielleicht Leute, die sehr gesundheitsbewusst leben. Oder es werden Menschen gezielt ausgesucht, um etwas anderes als die Ernährung zu untersuchen, zum Beispiel eine bestimmte Krankheit. Und nur im Nachhinein wird dann auch noch eine Studie über die Ernährung an diesen Patienten durchgeführt. Diese Menschen könnten aber auch ohne Wissen der Forscher rauchen, eine chronische Entzündung der Darmschleimhaut haben oder Verwandte haben, die unter Darmkrebs leiden, was zum Beispiel alles das Risiko für Darmkrebs bei diesen Menschen weiter ansteigen lässt. Und dadurch auch das Ergebnis verfälschen würde. Drittens, fehlende Kontrollgruppe. Häufig erhebt man Daten von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise essen, aber es fehlen die Daten von den Menschen, die ganz anders gegessen haben. In unserem Beispiel, man befragt Leute zu ihrem Fleischkonsum, aber in der Studie tauchen zum Beispiel gar keine Vegetarier auf, also Leute, die gar kein Fleisch gegessen haben. Und nehmen wir mal an, wir hätten tatsächlich eine Studie, bei der Leute rotes Fleisch essen und Leute angeben, nie rotes Fleisch zu essen. Ersetzen diese Leute dann das rote Fleisch mit Tofu oder mit gegrillten Hähnchen, also mit einer anderen Art von Fleisch? Das macht natürlich auch einen großen Unterschied. Viertens, zu kurze Beobachtungszeiträume und zu geringe Teilnehmerzahl. Die untersuchten Zeiträume in den Studien sind häufig gar nicht lang genug. Denn Krebserkrankungen zum Beispiel treten häufig erst Jahrzehnte später auf. Und wenn man Menschen eben nur mal ein paar Wochen oder ein paar Monate beobachtet, dann kann in der Zeit noch gar kein Zusammenhang festgestellt werden. Und natürlich hat auch die Teilnehmerzahl einen Einfluss auf die Aussagekraft der Studie. Ein paar wenige hundert Menschen reichen in der Regel nicht aus, um eine Erkenntnis zu gewinnen, die letztlich für die gesamte Menschheit zutreffen soll. Fünftens, subjektive Auswahl. Selbst die Metastudien, die noch mal qualitativ besser sind, als wenn man nur eine einzelne Beobachtungsstudie betrachtet, sind anfällig für Störfaktoren. Selbst wenn man sie noch so sorgfältig durchführt, schon alleine dadurch, dass man subjektiv einzelne Studien aus einer großen Anzahl von Studien auswählen muss, die man in dieser Metastudie noch mal neu zusammenfasst und betrachtet, hat man eine Verzerrung, die sich möglicherweise auf das Ergebnis auswirken kann. Denn nach welchen Kriterien wählt man denn diese Studien aus? Deswegen gab es übrigens auch Kritik an der jetzigen Metastudie der Forscher, denn die haben für ihre Studienauswahl ein Verfahren verwendet, was man üblicherweise für klinische Studien an Medikamenten verwendet und was eher nicht für Ernährungsstudien konzipiert wurde. Und schließlich eines der größten Probleme, was nicht nur Ernährungsstudien betrifft. Sechstens, Interessenskonflikte der Forscher. Es gibt Leute, die haben ein starkes Interesse daran, was so alles zum Thema Ernährung veröffentlicht wird. Denn wir Menschen müssen nun mal essen und Essen bringt richtig viel Geld. Als bekannt wurde, dass eine Metastudie erscheinen soll, die Fleischkonsum als unbedenklich einstuft, bekam die Herausgeberin des Fachblatts innerhalb von einer halben Stunde mehr als 2000 Mails, die alle das Ziel hatten, die Veröffentlichung dieser einen Metastudie zu verhindern. Sie schreibt dazu, Wir haben schon viele Artikel zur Prävention von Gewalt durch Handfeuerwaffen veröffentlicht. Die Reaktionen der Waffenlobby waren weniger gewalttätig als das, was jetzt von diversen Ernährungsaktivisten kam. Dazu muss man wissen, hinter den Kulissen tobt schon seit Jahren ein erbitterter Streit zwischen Fleischanhängern und Befürwortern einer fleischlosen, vegetarischen, rein pflanzlichen Ernährung, der mit jeder Veröffentlichung zum Thema weiter befeuert wird. Die Autorin des Fachblatts Jaymer zeichnet akribisch nach, dass zahlreiche angesehene Ernährungswissenschaftler enorme Interessenskonflikte haben, weil sie seit Jahren fünf- bis sechsstellige Beträge von der Nahrungsmittelindustrie bekommen. Und nur um das klarzustellen, das gilt für beide Seiten. Also sowohl die Befürworter einer pflanzlichen, vegetarischen Ernährung als auch die Befürworter des Fleischkonsums bekommen beide große Summen an Geld. Von Eiergroßwarenhändlern, Süßwarenherstellern, Anbieter von Diätprodukten, Wurstproduzenten und selbst Gemüse- und Obstverbände sind dabei. Jeder hat ein Interesse daran, was in der Öffentlichkeit zum Thema Fleischkonsum veröffentlicht wird. Was die Glaubwürdigkeit von Ernährungsempfehlungen auf der Grundlage von einzelnen Studien, ich sage mal, herabsetzt. Deswegen ist es wichtig, immer nachzuschauen bei jeder Studie, von wem wurde die Studie finanziert, wer sind die Geldgeber und profitieren sie möglicherweise in irgendeiner Art und Weise von den Ergebnissen dieser Studie. Das soll natürlich auf keinen Fall die Seriosität der Wissenschaftler und der durchgeführten Studien angreifen. Aber man sollte sich schon der Tatsache bewusst sein, um wie viel Geld es hier geht und ganz genau hinschauen. Ja und jetzt? Was fange ich mit diesen Ergebnissen an? Darf ich noch guten Gewissens mein Steak oder eine Wurst essen? Okay, ich gebe es zu. Beobachtungsstudien sind nicht optimal. Sie können keinen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang nachweisen und sie sind sehr anfällig für Störfaktoren. Aber sie sind nun mal das Beste, was wir haben. Würde man an Ernährungsstudien die gleichen Maßstäbe anlegen, wie an Studien zum Wirksamkeitsnachweis bei Medikamenten, dann gäbe es praktisch für keine Ernährungsempfehlung irgendeine Art von wissenschaftlicher Evidenz. Keith West, ein amerikanischer Ernährungsforscher, hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Er sagt, die neue Metastudie erinnert uns vor allem an das, was wir nicht wissen. Wir brauchen also mehr Forschung, um die Risiken von Fleischkonsum auf unsere Gesundheit wirklich einschätzen zu können. Die Wirkung von Ernährung auf unseren Körper zu untersuchen, ist und bleibt einfach äußerst komplex. Und bis man das eines Tages wirklich herausgefunden hat, finde ich, fährt man mit einem Credo der Ernährungsmedizin ganz gut. Die Dosis macht das Gift. Wenn man sich überspitzt formuliert, morgens, mittags und abends nur von Fleisch ernährt, wird es auf die Dauer sehr wahrscheinlich nicht gesund sein. Fleisch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht aber komplett zu verteufeln, halte ich auch nicht für angebracht. Denn Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Es gibt große Unterschiede zwischen rotem und weißem Fleisch, verarbeitetem und unverarbeitetem Fleisch, fettigem und mageren Fleisch, Fleisch aus der Massentierhaltung oder vom lokalen Biobauern. Und auch wie wir das Fleisch zubereiten, hat einen großen Einfluss. Bezieht man aber jetzt noch Tierschutz- und Klimaschutzgründe in seine Überlegungen mit ein, dann scheint zumindest eine Beschränkung des Fleischkonsums sehr sinnvoll. Und das schreiben übrigens auch die Autoren der großen Metastudie. Da heißt es am Ende, Sie haben Ihre Empfehlung zum Fleischkonsum lediglich aus der Sicht des Einzelnen betrachtet. In Bezug auf unsere gesamte Gesellschaft und die Folgen des Klimawandels sprechen auch die Wissenschaftler davon, dass die Begrenzung des Fleischkonsums möglicherweise sehr vernünftig wäre. Halten wir also fest, Ernährung ist einfach ein wahnsinnig komplexes Thema. Es ist schwierig, gute Studien durchzuführen, um Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu zeigen. Möglicherweise finden wir sogar nie genau heraus, ob rotes oder verarbeitetes Fleisch jetzt für unsere Gesundheit schädlich ist oder nicht. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch, Fisch und ausreichend Bewegung, wer hätte es gedacht, kann man sicherlich erstmal jedem guten Gewissens empfehlen. Was ist mit euch? Versucht ihr euren Fleischkonsum zu reduzieren? Oder verzichtet ihr sogar komplett auf Wurst und Co.? Schreibt es doch in die Kommentare. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Dr. Wissen.